Echt jetzt? Stopp! Ach Leute, Mann! Ganz kritisch. Auch wenn die Bremsen festgezogen sind, kann er ja trotzdem noch kippen. Und das wollen wir alle nicht. Wie macht man es wieder richtig? Achso, wenn man keinen Platz mehr da hat, ganz einfach, dann einfach stehen bleiben, Handy in der Tasche lassen und festhalten und sich auch selbst festhalten. So macht man es dann dementsprechend richtig.